Und weiter geht's hier bei uns bei Pearl TV und liebe Zuschauer, wir widmen uns wieder eines unserer Lieblingsthemen momentan, sie warm einzupacken, denn das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben die Übergangszeit, da weiß man dann nie so richtig, was ziehe ich an, da sollte man immer dieses Zwiebelprinzip anwenden. Immer viele Lagen übereinander, dass sie dann, wenn es doch wieder wärmer wird, im Herbst auch wieder was ausziehen können. Und für das Zwiebelprinzip, da haben wir perfekte Möglichkeiten hier mit so einigen Utensilien noch aufzuwerten und vor allem sie noch sicherer zu gestalten. Und anfangen möchte ich mit einer Mütze, denn liebe Zuschauer, Mützen, die gehören natürlich unbedingt in die Übergangszeit. Jetzt wird's wieder windig, heute Morgen, liebe Zuschauer, 2 Grad. Also das ist jetzt einfach schon diese Zeit, wo man definitiv eine Mütze braucht, wo man definitiv einen Schal braucht, wo man definitiv eine Jacke braucht. Und deshalb möchte ich Ihnen eine ganz, ganz spezielle Mütze zeigen. Diana trägt sich ja schon eine wunderschöne Strickmütze, die ist ganz, ganz flauschig, die liegt ganz, ganz toll am Kopf. Und ich finde, das ist auch eine Mütze, die sehr, sehr stylisch ist. Die ist sehr, sehr trendy momentan. Aber das Hauptthema an dieser Mütze, liebe Zuschauer, das sehen Sie vorne. Denn vorne können Sie zusätzlich ein Licht anklipsen und das einmal per Knopfdruck und, liebe Zuschauer, auf mehreren Stufen. Sie können hier auf mehreren Stufen das Licht dann auch leicht dimmen und wieder ganz ausmachen. Und das hat natürlich den Grund, liebe Zuschauer, so ein Licht mit sich zu tragen, weil jetzt natürlich wieder die Nächte viel, viel länger werden. Und vielleicht auch Sie zu Ihrem Weg morgens noch in der Dunkelheit gehen müssen, vielleicht zur Arbeit. Und wir haben dieses tolle Licht nicht nur vorne, sondern auch hinten. Und hinten, liebe Zuschauer, haben wir es in Rot. Jetzt macht das schon so ein bisschen Sinn vielleicht für Sie, denn wir kennen diese Lichter natürlich auch am Fahrrad zum Beispiel. Da sind Sie Pflicht. Am Fahrrad ist es aber einfach so, dass wir die dann sehr weit unten haben. Und ich finde es toll, wenn man einen zusätzlichen Schutz hat. Und wenn ich weiß, dass ich meine Kinder oder auch mich selbst noch mal zusätzlich sichern kann. Deshalb möchte ich jedem diese Mütze sehr, sehr warm ans Herz legen, dass Sie warme Ohren haben, dass Sie einen warmen Kopf haben, aber gleichzeitig noch mal mehr Sicherheit. Und liebe Zuschauer, wir haben diese Mützen in drei verschiedenen Farben. Die stelle ich Ihnen jetzt alle gleich vor. Aber schwarz ist natürlich was, was immer passt. Und jetzt auch Diana hat gerade unsere schwarze Daunenjacke dazu an. Passt natürlich perfekt. Vielleicht möchten Sie auch die Kombinationen bestellen. Zu den Daunenjacken kommen wir auch gleich. Aber jetzt geht es erst um die Mützen und um diese extra Sicherheit. Natürlich, wenn wir hier Lichter, Lampen drin haben, LEDs, liebe Zuschauer, dann kann man die auch laden. Da brauchen Sie jetzt keine Angst haben, dass Sie da irgendwie Batterien oder so einsetzen müssen. Das ist natürlich die neueste Technik. Und hier haben wir wunderbare Strickmützen mit der neuesten LED-Technik. Das heißt, sehr, sehr langlebig. Und wir haben ein USB-Ladekabel im Lieferumfang dabei. Das heißt, Sie können hier auch jederzeit natürlich aufladen. Sie können diese Mütze auch waschen. Und das ist wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt viele Mützen, wo man dann das Problem hat, dass man die dann nicht waschen kann, weil die eben so ein technisches Highlight haben. Unsere können Sie natürlich waschen. Da können Sie dann dieses LED-Element einfach rausnehmen. Das ist eine ganz, ganz tolle Mütze. Die ist sehr, sehr stylisch, aber eben diese Extraportionssicherheit nicht nur beim Fahrradfahren, liebe Zuschauer. Natürlich auch, wenn Sie morgens zum Beispiel zum Bäcker laufen. Das darf man nicht unterschätzen. Also wenn es jetzt wieder dunkel ist und wir gehen gerade morgens zum Beispiel vor dem Frühstück zum Bäcker, dann ist es dunkel. Und vielleicht, je nachdem, wo Sie dann Ihren Bäcker, Ihres Vertrauens haben, müssen Sie doch an der Straße entlang oder müssen Sie vielleicht sogar an der Straße entlang ohne Gehweg. Bei uns haben wir so auf dem Dorf das Problem, dass wir da wirklich noch Straßen haben, wo dann eben kein Gehweg ist. Und da hat man einfach ein komisches Gefühl, wenn man da in der Dunkelheit läuft. Deshalb, liebe Zuschauer, bitte, 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 denken Sie daran und denken Sie nicht nur an sich selbst, denken Sie an Ihre Kinder, denken Sie an Ihre Enkel, denken Sie an alle Freunde, die vielleicht dann auch in der Dunkelheit öfters unterwegs sind. Dann haben wir natürlich auch Jogger. Es gibt auch fleißige Jogger, die ich sehr, sehr bewundere, die dann auch in der Übergangszeit noch joggen. Auch natürlich perfekt dafür geeignet. Und, liebe Zuschauer, natürlich auch für den Schulweg. Also, wenn die Kinder dann morgens vielleicht an den Bus laufen oder wirklich zur Schule laufen, dann ist das natürlich nochmal eine extra Portion Sicherheit. Das ist eine ganz, ganz tolle Mütze, liebe Zuschauer. Bitte, wenn Sie die schwarze haben möchten, dann greifen Sie gleich zu. Den Preis haben Sie gesehen. 13,31 Euro. Also, das ist wirklich geschenkt. Enix 37,21 und die 569 ist hier die Bestellnummer. Bitte gleich zum Telefon greifen. 0180 51,51 und dreimal die zwei wählen. Und dann haben Sie diese wunderbare Mütze in zwei bis drei Werktagen schon bei sich zu Hause. Und dann können Sie gleich Ihre Lieben einpacken. Dann haben Sie keine Ohrenentzündungen. Dann bleibt der Kopf immer warm und eben auch das zusätzliche Licht, was natürlich fantastisch ist. Aber ich habe es Ihnen versprochen, es gibt mehrere Farben. Und ich nehme mal die nächste Farbe, die ich auch super schön finde. Möchtest du die mal aufziehen? Die sieht super aus. Ich bin sowieso so ein Grau-Fan. Also, ich habe sehr, sehr viel in Grau und finde dieses Grau wunderschön. Das ist so leicht meliert, das ist so ein sehr helles Grau. Also, wunderschön. Natürlich auch wieder gleich, liebe Zuschauer, vorne das weiße Licht, hinten das rote Licht. Auch hier natürlich waschbar. Hier natürlich auch Unisex, liebe Zuschauer. Ganz klar, auch für die Herren. Und auch universell passend. Also, die lässt sich super dehnen. Passt aber auch auf kleine Köpfe. Also, da, liebe Zuschauer, gibt es eine Einheitsgröße, die Ihnen definitiv passen wird. Mit der NX 3725 und der 569 bekommen Sie diese fantastische Mütze in Grau. Und diese Mütze, liebe Zuschauer, die ist einfach fantastisch. Vielleicht sehen Sie auch, dass die super, super schön am Kopf sitzt, dadurch, dass sie hier nochmal so breit gemacht ist. Also, dadurch, dass sie nochmal hier so einen richtigen Umschlag hat und richtig, richtig gut sitzt. Und dann haben wir noch eine dritte Farbe. Und das ist rot, liebe Zuschauer. Wenn man es so ein bisschen noch frischer haben möchte, darfst du auch einmal aufziehen. Ich liebe das, gerade im Herbst und im Winter, wenn es doch ein bisschen trist draußen ist, dass man dann doch Farbe beweist. Und das, liebe Zuschauer, ist natürlich Farbe beweisen. Und auch natürlich wieder mit vorne weiß, hinten roter Lampe und Sie sind perfekt, perfekt gewappnet. Auch hier 13,31 Euro. Das ist der Wahnsinns-TV-Sonderpreis, den ich Ihnen jetzt live anbieten darf und bis zwei Stunden danach. Dann wird es wieder teurer, deshalb bitte gleich, gleich zuschlagen hier. Sieht super aus, ne? Wunderschön. Liebe Zuschauer, jetzt haben wir die richtige Mütze gefunden. Für die Kinder, für die Enkel, für Sie selbst, für Ihre Freunde. Jetzt möchten wir noch ein Riesenproblem angehen und das ist kalte Füße. Kalte Füße haben wir immer, liebe Zuschauer. Gerade in der Übergangszeit, gerade auch im Winter. Und da weiß ich Abhilfe. Ich gehe mal kurz gruseln, liebe Zuschauer. Hier unten sind sie nämlich. Und das ist was ganz, ganz Geniales. Hier kommen in einem wunderbaren Säckchen Fußsohleneinlagen. Heißt das so? Das war kompliziert. Also die Einlagen für die Schuhe, liebe Zuschauer. Und das sind natürlich ganz, ganz Besondere. Denn das, liebe Zuschauer, sind Fußsohleneinlagen für die Schuhe, die, liebe Zuschauer, wärmen. Und ich gebe es dir mal kurz in die Hand, Diana, dass ich mal hier meine Infos dazu holen kann, weil die können so viel, da muss ich ein bisschen spicken. Pass auf, richtig heißen sie Akkuschuheinlagen. Und das Tolle ist, dass das eben verhindert, dass die Füße auskühlen. Jetzt wissen Sie, bei Pearl TV gibt es immer die ein oder andere Besonderheit. Und hier haben wir eine Riesenbesonderheit. Denn diese wunderbaren Schuheinlagen können Sie perfekt auf Ihre Schuhe zuschneiden. Hier, liebe Zuschauer, können Sie wählen zwischen verschiedenen Größen und können hier perfekt zuschneiden. Das heißt, Sie bekommen hier Fußsohlen, Schuheinlagen, die immer vier Größen beinhalten. Hier ist es jetzt 36 bis 39, die ich jetzt hier gerade habe. Und die können Sie aber eben dann zuschneiden vorne. Sie sehen, die passen dann perfekt in die Schuhe rein. Und dann können Sie per Fernbedienung, liebe Zuschauer, hier schalten, dass Ihre Füße gewärmt werden. Denn hier ist ein Heizelement im Ballenbereich. Und das ist natürlich genial. Hier hinten im Ballenbereich ist ein Heizelement, das Sie aber nicht spüren. Also ich habe die auch schon getragen, habe die auch schon, weil es mich einfach interessiert hat. Ich habe gedacht, oh, das ist bestimmt doof, wenn man dann irgendwie auf einem Heizelement draufsteht. Überhaupt nicht. Sie merken dieses Heizelement nicht, liebe Zuschauer. Und das Geniale ist, Sie können hier zwischen drei Stufen wählen. Die Stufen, liebe Zuschauer, generell, also generell haben Sie die Wahl zwischen 31 bis 45 Grad, Ihre Füßchen aufzuheizen. Übrigens im Overlay sehen Sie immer die verschiedenen Größen. Wir haben hier ja viele verschiedene Größen, dass Sie auch Ihre richtige Größe finden. Da bitte einfach darauf achten, dass Sie Ihre Schuhgröße erwischen. Sie können aber gerne auch nochmal auf www.pearl.tv unter dem Livestream nachschauen. Da stehen alle Produkte der jetzigen Sendung und da können Sie dann Ihre Größe finden. Oder Sie fragen einfach direkt im Callcenter nach. Die haben natürlich auch die Bestellnummern. Also das ist eine geniale Sache. Sie haben hier angenehm dünne und komfortable Einlagen. Und dieses Heizelement, diesen Akku, spüren Sie absolut nicht. Sie haben hier die Möglichkeit, je nach Stufe bis zu acht Stunden Ihre Füßchen zu heizen. Das hängt so ein bisschen an, welche Stufe Sie wählen, welche Gradzahl Sie dann auch wählen. Aber ich verspreche Ihnen, Ihre Füße werden nie wieder kalt. Die werden nie wieder kalt sein. Nie wieder. Weil Sie per Fernbedienung, und die ist auch ganz, ganz süß gemacht, die können Sie auch an Ihren Schlüsselbund hängen oder an Ihren Gürtel dranhängen. Und dann, liebe Zuschauer, können Sie hier sogar eine kleine Antenne ausziehen. Ist das nicht süß gemacht? Und können dann Ihre tollen Sohlen dann eben steuern, dass sie richtig, richtig schön warm werden. Hier ist die tolle Fernbedienung, die tollen Akkuschuh-Einlagen bekommen Sie dann mit der Fernbedienung in Kombination für 56, 91. Das ist der TV-Sonderpreis. Jetzt wird es zum Schneehäschen hier. Und deshalb, liebe Zuschauer, bitte gleich einwählen. 0180, 51, 51 und 3 mal die 2. Und dann haben Sie immer warme Füße. Sie können die natürlich in alle Schuhe, in alle Schuhe einlegen. Das ist ja dann nicht fest. Also Sie können dann alle Schuhe immer mit diesen Sohlen dann bestücken. Und dann haben Sie eben alle Schuhe ausgestattet und brauchen aber nur einmal diese Schuhe-Einlagen. Also genial, ich liebe die. Und dadurch, dass Sie eben hier bis zu 45 Grad warme Füßchen bekommen, ist das natürlich nicht nur für die Übergangszeit, sondern auch perfekt für den Winter. Achten Sie auf die Bestellnummer. Alle Größen haben wir da. Ja, alle Größen sind noch vorrätig. Deshalb bitte da ganz, ganz schnell zugreifen. Denken Sie auch an den Skiurlaub. Denken Sie auch an die Schneewanderung. Denken Sie auch jetzt an die Herbstspaziergänge. Das kann man einfach nicht genießen, wenn man kalte Füße hat. Genauso natürlich auch der Bummel über den Weihnachtsmarkt. Das steht ja jetzt auch bald wieder an. Und da möchte man einfach entspannt sein. Da möchte man dann ein Tesschen Glühwein oder Kinderpunsch trinken. Da möchte man dann einfach ganz entspannt über den Weihnachtsmarkt bummeln und nicht irgendwie auf kalte Füße da achten. Da kann man sich ja dann auch nicht richtig entspannen. Deshalb diese tollen Akkuschuheinlagen mit der Fernbedienung unbedingt bestellen. Und dann haben Sie immer warme Füße. Liebe Zuschauer, wenn die komplett leer geladen sind, dann können Sie die wieder laden. Drei bis vier Stunden, dann haben Sie die wieder voll geladen. Aber wie gesagt, bis zu acht Stunden halten die ja. Deshalb können Sie natürlich dann, wenn Sie wieder zu Hause sind, über Nacht die schön laden. Liebe Zuschauer, zuschneidbar sind Sie, aber trotzdem sollten Sie Ihre Größe finden. Die sind immer eingeblendet oder fragen Sie ganz einfach im Callcenter nach. Angenehm, dünne und komfortable Einlagen. Den Akku spüren Sie nicht, aber Sie spüren eine wunderbare Wärme. Und das ist genau das, was wir natürlich haben möchten in den kalten Übergangstagen, in den eiskalten Wintertagen. Liebe Zuschauer, jetzt haben wir einen warmen Kopf, warme Füße und jetzt muss der Körper warm gemacht werden. Und das machen wir mit wunderschönen Daunenjacken. Diese Daunenjacken sind ja momentan eine absolute Renner hier bei uns. Kein Wunder, Daunen sind natürlich etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich möchte heute ein bisschen auf die Daunen eingehen, liebe Zuschauer, denn viele wissen gar nicht so richtig, was ist denn jetzt so das Besondere an den Daunen. Daunen, liebe Zuschauer, das kennen wir, das wärmt die Vögelchen. Und das wärmt natürlich auch ganz, ganz toll uns. Jetzt gibt es Riesenunterschiede bei Steppjacken. Wenn Sie hören Steppjacke, Steppjacke ist nicht Steppjacke, Steppdaunenjacke. Das ist natürlich Qualität, denn da sind Daunen drin. Und wenn es eine richtig gute Steppjacke ist, dann ist so eine Mischung drin. 90% Daunen, 10% Federn ist die optimale Mischung. Die haben wir hier in unseren Jacken. Und schweren Herzens, liebe Zuschauer, wurde heute eine Jacke zerstört, um Ihnen zu zeigen, was da genau drin ist. Und liebe Zuschauer, das ist jetzt das Innenleben einer Jacke. Und jetzt schauen Sie mal bitte, wie weich das ist. Diese komplette Menge war in einer Jacke drin. Und das sind ganz, ganz angenehm weiche Daunen. Das ist so angenehm. Liebe Zuschauer, Sie sehen hier, Daunen 90% und dann sehen Sie immer mal zwischendrin wieder eine Feder. Das ist so toll. Und da möchte man eigentlich die ganze Zeit so drin rumwühlen, weil das so weich ist. Das ist richtig kuschel, kuschelweich. Und das ist in diesen Daunenjacken drin. Diese Daunenjacken, die wir hier für Sie jetzt haben, die sind die weichsten Daunenjacken, die ich je hatte. Und man möchte da gar nicht aufhören, da so drin rumzubühlen, weil das wirklich wahnsinnig weich und wahnsinnig angenehm ist. Diese Daunen, die stecken hier drin. Und weil es eine Steppjacke ist, das ist die perfekte Kombination. Daunen in einer Steppjacke. Denn diese Elemente, die hier abgesteppt sind, bei günstigen Jacken, liebe Zuschauer, ist dann da einfach so ein Fließstoff drin. Bei uns sind 90% Daunen, 10% Federn drin. Und deswegen ist diese auch so kuschelig, diese Jacke. Das ist die beste Qualität. Und weil die abgesteppt ist, bleiben natürlich die Daunen und die Federn genau da, wo sie sein sollen. Und das, liebe Zuschauer, ist die Qualität, die ich Ihnen hier anbieten darf. Da bin ich sehr, sehr stolz. Und da möchte ich Ihnen jetzt auch zeigen, was wir alles da haben. Die Jacke an sich wunderschön. Diana trägt die Größe S. Die passt ihr perfekt. Und wir haben hier ganz, ganz viele Besonderheiten an dieser tollen Daunenjacke. An dieser weichen Daunenjacke. Kennt man auch von den Bettdecken. Kennen Sie die Bettdecken, die so richtig fluffig sind? Die fluffigen Bettdecken, wo man dann so richtig kuscheln kann, sind auch Daunen drin. Also das ist einfach fantastisch. Das ist einfach genial. Und deshalb, liebe Zuschauer, möchte ich hier Ihnen einfach nochmal zeigen, das ist eine Jacke, die normalerweise 200 Euro kostet. Und jeder Cent ist diese Jacke wert. Brauchen Sie aber nicht bezahlen. Denn wir sind im TV-Sonderpreis und wir dürfen Ihnen diese Daunenjacke, egal in welcher Größe, für 66,41 anbieten. Allerdings ist nicht mehr jede Größe vorhanden. Bei schwarz haben wir noch alle, aber wir sind schon auf den letzten Stückzahlen. Und deshalb, liebe Zuschauer. Oh, Diana hat heute was Tolles vorbereitet. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Diana möchte so ein bisschen zeigen, wie toll man auch Schals kombinieren kann. Theoretisch brauchen Sie gar keinen Schal dazu, weil Sie haben hier ganz toll die Kapuze und der Halsbereich ist komplett bedeckt. Aber Diana hat gesagt, sie liebt Schals und sie hat so viele Schals und sie möchte gerne so ein bisschen kombinieren und hat so ein paar Schals mitgebracht. So einen Bordeaux-Roten, das ist natürlich was sehr, sehr Schönes, passt jetzt natürlich perfekt zu dem Schwarz. Und dann kann man so ein bisschen kombinieren. Dann kann man Daunenjacke mit einem schönen Schal kombinieren und dann hat man gleich so ein Winteroutfit. Jetzt könnte man natürlich auch noch die wunderschöne Mütze von Anfangs aufsitzen. Dann ist sie komplett schön eingepackt und das sieht natürlich sehr schön aus. Schauen Sie mal, ganz schön, sieht super aus. Mit einem roten Bordeaux-Schal kommt diese Daunenjacke dann nochmal so richtig raus, nochmal richtig zur Geltung. Richtig schön. Also da können Sie auch toll kombinieren. Da haben Sie dann auch viele Möglichkeiten. Diese Daunenjacke, liebe Zuschauer, bietet natürlich nicht nur Wärme, die bietet auch wunderschönes Design. Das ist richtig, richtig schön stylisch, liebe Zuschauer. Und Sie haben natürlich hier auch die Möglichkeit, viel, viel mitzunehmen ohne die Handtasche, ohne den Rucksack. Sie können hier, wenn Sie möchten, ganz, ganz viele Taschen befüllen. Wir haben außen zwei Taschen, wir haben innen zwei Taschen, beziehungsweise drei. Eine noch mit Reißverschluss. Also Sie haben hier ganz, ganz viele Möglichkeiten, hier auch eben zu kombinieren. Da war gerade, liebe Zuschauer, die Größentabelle für Schwarz. Bitte ganz schnell anrufen, wenn es die Schwarze sein soll. Und jetzt machen wir weiter mit Blau. Die blaue Daunenjacke ist auch super, super beliebt. Auch hier, liebe Zuschauer, sind wir bei vielen Größen auf den letzten Stückzahlen. Bitte, wenn Sie eine haben möchten. Die Jacken kommen dieses Jahr nicht mehr nach. Wir sind ganz, ganz arg erschrocken in der letzten Sendung. Da war die Größe XXL bei Gelb ausverkauft. Und da habe ich gesagt, ist nicht so schlimm, die kommt nach. Und habe dann aber die Meldung gekriegt, nee, 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 Jana, die kommt nicht mehr nach. Und dann bin ich erschrocken, weil ich dachte, die kommt bestimmt wieder, die Größe. Nee, die kommen nicht mehr nach. Und deshalb, liebe Zuschauer, müssen Sie bei den Daunenjacken extrem schnell sein. Wenn Sie öfters Pearl TV schauen, dann sehen Sie, dass sie immer wieder kommen. Weil ganz, ganz viele geschrieben haben, wir möchten diese Daunenjacke live erwischen. Weil dann sparen Sie ja Geld. So, jetzt haben wir die blaue. Oh, XXL-Blau, höre ich gerade, ist begrenzt. Das heißt, wenn Sie, und da muss ich kurz auf die Größen eingehen, XL-Träger sind, sollten Sie XXL bestellen. XXL ist aber begrenzt, wir sind auf den letzten Stückzahlen. Ach, ich werde auch eingepackt, danke. Das heißt, hier ganz, ganz schnell anrufen, bitte, liebe Zuschauer. S und M ist passgenau. Wenn das Ihre Größen sind, sind das Ihre Größen, bitte auch S und M bestellen. Ab L immer eine Größe größer bestellen. Das heißt, XL-Träger, bitte XXL bestellen. Und das jetzt sofort. Wählen Sie sich ein in die Leitung. 0180, 51, 51 und dreimal die zwei. Und dann haben Sie sofort, liebe Zuschauer, sofort Ihre Jacke. In zwei bis drei Werktagen vor der Haustür. Und dann sind Sie warm eingepackt. Und hier, schauen Sie mal, wie schön das aussieht. Diana kombiniert wieder, jetzt hat sie hier diese marinenblaue Jacke und einen weißen Schal dazu. Das sieht richtig schön aus. Schauen Sie mal, jetzt können wir auf die Piste gehen. Das sieht so, so toll aus mit einem weißen Schal in Kombination. Da können Sie natürlich ganz, ganz viele Farben kombinieren. Aber wir möchten einfach zeigen, dass diese Jacken was Besonderes sind. Und dass diese Kombinationsmöglichkeiten so vielfältig sind, dass eine Jacke nicht immer die gleiche Jacke bleibt. Also da kann man dann ganz, ganz viel einfach variieren. Jetzt auch gerade vielleicht noch mit einer weißen Schneehose. Das wäre natürlich einfach das perfekte Outfit. Sieht schön aus. Sehr, sehr schön. Also auch blau ist wunderschön. Und auch hier, liebe Zuschauer, haben wir noch alle Größen. Aber Sie haben es gehört, XXL ist schon begrenzt. Ich möchte noch ein bisschen auf die Besonderheiten eingehen. Wir haben an dieser Jacke, an allen unseren Downjacken, ganz tolle Bündchen. Bündchen, die die Jacke da halten, wo sie halten soll. Hier sehen Sie ganz toll, wenn Sie die Jacke normal anhaben, haltet das Bündchen den Ärmel am Handgelenk. Das rutscht nicht hoch. Hier haben Sie den perfekten Halt. Auch wenn Sie Handschuhe anhaben, können Sie die unten drunter schieben und dann hält das richtig, richtig gut. Also fantastisch. Genau das Gleiche, liebe Zuschauer. Beachten Sie bitte unten. Unten haben Sie auch diese Bündchen. Und da ist es natürlich extrem wichtig, denn unten muss die Jacke halten. Die Jacke, jede Herbst-Winterjacke sollte über die Nieren gehen. Und hier sehen Sie, die geht super über die Nieren. Die ist sogar schon über dem Popo. Und auch hier ist wieder auf dieses Bändchen geachtet worden. Dass das eben hält. Dass das leicht rangeht und dass das die Jacke unten hält. Das, liebe Zuschauer, ist Qualität. Denken Sie bitte an diese wunderbar weichen Daunen. An diese 90% Daunen, 10% Federnkombination. Das ist einfach fantastisch und das sieht ganz, ganz schön aus. So, jetzt kriege ich auch den weißen Schal rum. Dann wird es so richtig kuschelig hier. Das sieht toll aus. Da können Sie ganz, ganz toll kombinieren. Da können Sie ganz, ganz toll einfach zeigen. Auch Stil beweisen. Und nicht nur die Damen. Also auch Herren können ja wunderschön Schals anziehen. Schauen Sie mal, super. Jetzt habe ich schon wieder die Daunenjacke aufgewertet. Ich möchte Ihnen aber kurz an Diana zeigen, dass Sie theoretisch gar keinen Schal brauchen. Denn Sie können hier alles komplett zumachen. Wir drehen dich noch mal um, dass man das sieht. Schauen Sie mal, hier hat man die Jacke bis ganz hoch zum Kinn. Also der Halsbereich ist geschützt. Und wenn es dann richtig kalt wird, kann man auch hier vorne die Knöpfchen zumachen. Dann ist sie komplett eingepackt. Und dann bräuchte sie theoretisch keinen Schal. Also Schal ist hier mehr so Accessoire. Schal ist hier mehr so das Highlight, das man dann noch so dazu fügt. Aber diese Jacke an sich, die braucht eigentlich nichts. Die ist wunderschön und die sitzt perfekt. Und die sitzt in jeder Größe. Bitte SM passgenau bestellen. Alles andere eine Größe größer. Wunder, wunderschön diese Daunenjacken. Aber wir haben noch eine Größe, liebe Zuschauer. Noch eine Farbe in allen Größen, wollte ich sagen. Und da kommt dann eine wunderschöne Herbstfarbe. Aber auch im Winter sieht das klasse aus. Zu Ihnen. Und hier, liebe Zuschauer, sehen Sie jetzt gleich eine wunderschöne Farbe. Das ist momentan meine Lieblingsfarbe. Das ist gelb und innen drin ist sie braun. Das ist so eine Herbstfarbe. Aber ich glaube, im Winter ist das ganz schön, weil sie im Winter dann ganz, ganz viel Freude bringt. Farbe muss einfach sein in dieser tristen Jahreszeit. Und das sieht super schön aus. Ganz gleich gemacht, diese Daunenjacke. Hier ist wirklich nur die Farbe anders. Und hier können Sie einfach genießen. Sie werden bewundert werden mit dieser Jacke. Das ist ganz, ganz klar. Also das ist eine Jacke, die einfach jedem steht. Männlein und Weiblein, unisex. Ich habe die alle drei Farben schon an Herren gesehen. Sieht wunderschön aus. Und hier, liebe Zuschauer, können Sie dann einfach rausgehen. Hier sind Sie gut eingepackt. Sie können rausgehen. Sie können einfach wunderschön Ihre Herbstspaziergänge und dann auch später die Winterspaziergänge genießen. Liebe Zuschauer, jetzt müssen Sie aber ran ans Telefon. Denn bei der Farbe Gelb ist XXL komplett weg. Da können wir auch nichts mehr machen. Also alle XXL bzw. XL-Träger, die gehen jetzt leider leer aus bei Gelb. Die müssen dann auf Blau oder Schwarz ausweichen. Das geht wahnsinnig schnell. Und ich höre jetzt gerade, S&M ist begrenzt. S&M ist begrenzt und die waren, liebe Zuschauer, das ist einfach ein riesen Highlight, diese Down-Jacken. Die waren noch alle da. Jetzt ist schon XXL komplett weg. S&M ist begrenzt. Da muss man jetzt ans Telefon. Liebe Zuschauer, 0180, 51, 51 und dreimal die zwei. Und dann bitte Ihre Größe sofort im Callcenter angeben. Und dann haben Sie die Jacke. Bitte haben Sie die dann gesichert. Weil wir sind auf den letzten Stückzahlen. Und das ist einfach schade, wenn Sie das Angebot verpassen. Eine Daunenjacke. 90% Daunen und 10% Federn. Wir schauen uns noch mal das Innenleben an, liebe Zuschauer. Ich möchte einmal, dass Sie, vielleicht haben Sie gerade erst zugeschaltet, dass Sie einmal noch mal sehen, was in diesen Jacken drinsteckt. Schauen Sie mal bitte. Das ist in diesen Jacken drin. Das, liebe Zuschauer, ist 90% Daunen und 10% Federn. Das ist so weich. Das ist wirklich, wie wenn Sie auf Wolken gebettet sind. Das ist dann in Ihrer Jacke drin. Das ist beste Qualität. Das, liebe Zuschauer, sind Daunen. Und Daunen, das ist was ganz, ganz Teures, was ganz, ganz Besonderes. Das hat man auch in richtig guten Bettdecken, in richtig guten Kissen drin. Da bezahlt man ein Vermögen dafür. Und hier bei Pearl TV kostet diese Jacke eben nicht wie normalerweise 200 Euro, sondern die kostet 66,41. Deshalb ist sie so beliebt und deshalb ist sie schon ausverkauft in der Größe XXL hier in Gelb. S&M ist begrenzt. Bitte, liebe Zuschauer, verpassen Sie dieses Angebot nicht. Das ist eine super Jacke und die, gerade auch in Gelb, die macht Freude. Wenn man da jemanden sieht, der dann in dieser Farbe um die Ecke läuft, da denkt man, ha, schön, endlich wieder Farbe hier in dieser tristen Jahreszeit. Hier sehen Sie die Größenübersicht. XXL müssen Sie leider schon ignorieren. XXL ist komplett weg, kommt auch nicht mehr nach. S&M ist begrenzt. Jetzt müssen Sie einfach ran, liebe Zuschauer. Sie müssen jetzt ran. Rufen Sie an. 0180, 51, 51 und dreimal die zwei. Und dann sagen Sie Ihre Größe. Schwarz, Blau oder Gelb. Oder, wenn es so günstig ist, nehmen Sie auch zwei Farben. Ich habe jetzt auch Schwarz und Gelb. Die sind einfach so toll, diese Jacken. Die haben alles, was eine Jacke braucht. Die haben eine tolle Qualität. Das merkt man sofort, wenn man die nach Hause bekommt. An den Reißverschlüssen, an den Bündchen. Das ist eine Jacke, die einfach so hochqualitativ ist. Das macht einfach Spaß. Und dann hat sogar noch jede Jacke eine kleine Besonderheit. Jede Jacke, liebe Zuschauer, bringt so ein Säckchen mit sich. Und in dieses Säckchen können Sie die komplette Jacke verstauen. Im Herbst ist das nicht zu unterschätzen. Im Herbst, liebe Zuschauer, ist es doch oft so, dass es richtig kühl ist, gerade auch morgens. Und dann kommt plötzlich die Sonne raus und dann wird es warm. Dann können Sie die ganze Jacke in dieses Säckchen rein verstecken. Und dann haben Sie eben nicht eine Jacke zum Schleppen, sondern dieses Säckchen können Sie dann einfach in die Handtasche werfen oder ins Auto werfen. Und dann haben Sie die Jacke verstaut. Dadurch, dass das Daunenfedern sind, also Daunen plus Federn, ist das gar kein Problem, wenn Sie die später wieder rausholen. Dann schütteln Sie die einmal auf und dann ist die wieder perfekt. Also das, liebe Zuschauer, ist einfach die Qualität, die sein muss. Das sollte Standard sein, ist es aber leider nicht. Ganz, ganz viele Steppjacken haben so Vlieseinsätze drin. Das ist natürlich nicht das Gleiche. Also das wissen wir. So ein Vlieseinsatz, das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man solche Daunen und Federn drin hat. Die wärmen, die Daunen, die wärmen ja auch die Entchen, die wärmen ja auch die Vögel. Und hier haben wir einfach jetzt ganz, ganz tolle Qualität. Schauen Sie, ich habe sie wieder rausgeholt, einfach einmal aufgeschüttelt und schon ist diese Jacke wieder fluffig, schön und wärmt. Liebe Zuschauer, es ist jetzt Ihre Gelegenheit, ein richtiges Schnäppchen zu reißen. Und ich hoffe, Sie nehmen das jetzt wahr. Ich hoffe, Sie suchen sich eine Farbe aus, vielleicht auch zwei. Und dann haben Sie diese Jacke zu Hause und Sie werden von allen beobachtet werden mit dieser Jacke, da werden Sie denken, wo hatten die die Jacke her oder der. Unisex, Sie können auch hier mit Ihrem Partner im Partnerlook gehen. Ich liebe das ja, das sieht so süß aus. Oder auch mit der besten Freundin. Oder auch einfach jemandem Geschenkchen machen. 66,41 für eine Daunenjacke. 90% Daunen, 10% Federn. Liebe Zuschauer, schlagen Sie zu. S&M ist begrenzt, XXL ist komplett ausverkauft, da kann ich leider nichts mehr machen. Sichern Sie sich jetzt Ihre Größe. 0,180, 51, 51 und dreimal die zwei. Und dann heißt es bestellen. Denken Sie auch an die Mütze und an die wunderbare Schuheinlage. Und dann sehen Sie perfekt gewappnet.